Ja, Knarre ist weg, jetzt will der mich überrollen. Jetzt habe ich da wieder so schnell Feuer. Oh, what the f***? Geht's euch noch gut? Ihr könnt doch nicht mit euren Raumschiffen hier runterfliegen. Ich habe das Gefühl, ich bin so gut wie am Arsch. Ohlala! Yup, yup, yup. Nope, 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 nope. Ich habe noch eine Hand gerade. Oh, hoppla, jetzt habe ich. Jetzt habe ich Alt und Ente gleichzeitig gedrückt. Fallbildmodus. Ach du Scheisse! Hallo zusammen bei BESAGAN. Ich bin Semmy und ich spiele heute von 1997 MDK. Ein Third-Person-Action-Plattformer. Wir spielen das Original. Es läuft bei mir in der DOS-Box. Niveau schwer. Naja, das werde ich mal versuchen. Ich glaube, das ist der Schwierigkeitsgrad. Und ich spiele es rein nur mit der Tastatur. Was der Mauspfeil da macht gerade, weiss ich nicht. Genau. Also zweihändig mit der Tastatur. Mal schauen, wie das kommt. Es geht darum, dass die Erde von Aliens angegriffen wird. Und das war ja für die 90er Jahre durchaus ein möglicher Handlungsstrang. Und die Sache ist, wir sind Kurt und wir sind zusammen mit einem ziemlich verrückten Professor schon seit mehreren Jahren an Bord einer Raumstation. Und während wir jetzt da oben sind, kriegen wir diese Eilmeldung hier rein. Ein riesiger Mindcrawler ist auf dem Weg in die Küstenstadt Laguna Beach, USA. Die Hintergrundgeschichte ist, es gibt so irgendwelche Slipstreams. Das sind so, keine Ahnung, sehen aus wie irgendwie so diese Wurmlöcher bei Stargate. Also irgendwie so durchsichtige Tunnels, mit denen man sich schnell durch das Weltall bewegen kann. Und die Aliens haben die benutzt, um auf die Erde zu kommen. Mit grossen, selbst grossen, fahrenden Städten. Und die bauen jetzt Ressourcen von der Erde ab und killen dabei natürlich jede Menge Menschen. Und wir müssen die aufhalten. Also wir kommen jetzt aus dem Weltall von der Raumstation und fliegen jetzt Richtung Erde. Als erstes mal hier den Radar ausweichen, sonst versuchen die uns runterzuschiessen. Gleichzeitig möchte ich hier da diese Goodies eins haben, die dann im Fallschirm sind. So, dann ist es mir auch egal, wenn ich getroffen werde, weil ich will die Goodies. Jetzt muss ich halt schauen, dass ich da ein bisschen den Raketen noch ausweiche. Oh, jawohl. Jawohl, jetzt... Schon der erste... Der erste Treffer schon eingesackt. So, und hier sind wir gelandet. Wir haben diesen Anzug, jetzt können wir... Ja, hier, weich hinten. Das erste Goodie hier unten. Energie. Sehr gut. So, wir können jetzt rumgehen, wir können schiessen mit Control. Mit Alt können wir springen. Und dann in der Luft haben wir diesen Fallschirm, wenn wir Alt drücken, beziehungsweise gedrückt halten. Wir können uns schneller bewegen. Und mit X können wir strafen. Mit den Pfeiltasten gehen wir. Und mit Space haben wir noch diesen Sniper-Modus. Der ist im Helm von unserem Charakter-Code eingebaut. Können wir auch ein bisschen zoomen. Und wenn wir schiessen... Ach, das ist falsch. Knopf. Sehen wir oben, das sind so die Kameras, die wir haben, die Schusskameras. Das, was wir sehen, wo da unsere Schüsse hinfliegen. Ja. Unsere Aufgabe ist es, den Boss von jeder von diesen rollenden Städten zu besiegen. Dann dreht sich der Slipstream automatisch um und Aliens verlassen die Erde. Ob das passiert, weil sie Schiss haben ohne ihren Anführer oder ob das irgendwie technische Gründe hat, weiss ich nicht. Aber das ist auf jeden Fall unser Ziel. Den jeweiligen Boss zu besiegen. So, erstes Alien tot. Weitere kommen nicht? Oder doch, da kommt noch was, oder? Ja. Kurz. Oh, da hinten geht's auch noch was. Deinste Atombombe der Welt. Ja, ich hab das Spiel früher zweimal durchgespielt, aber ist halt schon lange her. Irgendwas schiesst auf mich. Oh! Da. Die Raumschiffe schiessen auch auf mich. Sonst noch wo eins? Nein. Oh, doch. Da. Bums. Geh weg. Ja, das Spiel ist ziemlich abgedreht. Hat eine Menge lustiger Ideen drin und auch ziemlich abgedrehte Visuals. Also, das war wirklich auch für die damalige Zeit. Und man sieht auch hier, Tür mit Atombombe öffnen. Ja, wieso nicht? So, zack. Einmal Enter gedrückt und da geht's ab. Klopp. Tür ist offen. Ich habe übrigens... Ähm... Mal schauen. Ich kann hier auch noch... Genau. Ich habe ja beim Runterfallen, habe ich da noch diese andere Munition aufgesammelt. Ich glaube, das sind so Homing Missiles. Also Zielsuchraketen. Und das sind die normalen. Ah, da steht übrigens, wie viele ich habe. Also die normalen sind unlimitiert. Okay, Äpfel geben Energie. Und ich glaube, mit F2 können wir abspeichern. Genau. Übungsraum. Okay. So, hier hinten. Ja, immer mal kurz umdrehen und schauen, ob nichts hinten um die Ecke ist. Verscheissen wir jetzt mit unserem Sniper runter. Oh la la. Ha 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 ha. Yo. Bums. Äh, falscher Knopf. Ha ha. Schon wieder. Putschi. Putschi. Ist das der Wilhelm-Schrei, der da drin ist? Oh. Okay, ist das auch? Jupp. Das kriege ich auch. Ha ha ha. Oh, hier kriege ich jetzt andere Munition. Handgranate. Und die andere Munition ist da hinten. Muss ich jetzt mit der Handgranate das Glas zerstören? Ich probiere mal. Jupp. Okay. Ja, an ein paar Dinge erinnere ich mich natürlich noch. An viele Dinge auch nicht mehr. Ja, 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 ja. Versuche ich ja. Ha ha. Chill mal. Ha ha ha. Äh, aber was lustig ist, ich habe das Gefühl, ich kann einfach ein paar Knöpfe auf der Tastatur drücken und mein Charakter macht genau das, was ich dann erwarte. Also die Steuerung irgendwie. No, ich habe ihn. Die Steuerung ist irgendwie in meinem Memory geblieben. So. Die sind jetzt speziell, die prallen ab. Das heisst, wenn ich jetzt da oben reinschiisse, dann müsste ich die eigentlich treffen. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Zeigen sie den Arsch. Ja, ja, weiss ich. Lass mich doch. Ich geniesse das hier. Es gibt kein Speedrun. So. Einmal da oben rein. Oh. Oh, hoppla. Jo. Naja. Das ist noch verbesserungswürdig. Okay, bisschen höher. Da. Jawohl. Bums. Die waren was grösseres. Na gut, solange wir die nichts tun, sollen wir nicht zuerst mal hier die Dinge sein. Und vielleicht schiesse ich noch das hier runter. Ich glaube, da kommen weitere Gegner raus, wenn man das nicht kaputt macht. Deshalb räume ich das jetzt mal ab. So. Eine Köderattrappe. Ich weiss nicht, ob wir die jetzt hier mal verwenden sollen. Kann ich vielleicht mit der... Da habe ich jetzt noch genau ein... Was ist das? Ein Schuss von... Und hier zwei Schuss von denen. Das ist nochmal was anderes. Was ist denn das? Kann ich probieren mal. Ne. Soll ich? Ja, komm. Putschi. Effektiv, ja. Mal die. Nein. Das geht nicht. Jawohl, die schätzt es noch die, aber die prallen ja ab. Ich werde jetzt mal die Köderattrappe ausprobieren, ob ich die hier hinsetzen kann. Und dann, genau, dann drehen sich die ab. Und dann kann ich die von hinten abbauen. Oder auch nicht. Äh, nein. Nein, das hat nicht funktioniert. Okay. Äh. Na gut. Äh, was haben wir noch Fettes? Äh. Zwei von denen, ne? Ja. Da nehmen wir die. Hui. Gut. Na gut. Mit A und Y schaut man hoch und runter. Und beim Snipern ist es Zoomen. Ähm. Mit einem Grund, wieso ich nicht mit der Maus spiele, ist, dass man mit der Maus nicht hoch und runter schauen kann. Ist halt, ja, 1997. Ich glaube, das ist so ziemlich genau das Jahr, bis zu dem Zeitpunkt, wo sich die Spiele Entwickler schwer damit getan haben, irgendwie eine Maussteuerung gescheit anzubauen. zuvor, ja, zuvor, ja, Doom, Duke Nukem 3D und so weiter, hat man eigentlich auch nur mit der Tastatur gespielt. Obwohl, First Person Shooters. Und ich glaube, ab 1997 ist dann eigentlich so richtig, dann, äh, mit Maus-Tastatursteuerung losgegangen. Ich glaube, das erste Tomb Raider, 1996, das war auch noch, äh, eigentlich pures Keyboard. Was, da war nix mit, irgendwie, mit der Maus, äh, dreht man die Kamera oder so, das war damals noch nichts. Und dann aber Quake und Half-Life, Quake weiss ich gar nicht, aber Half-Life ganz bestimmt, ähm, ja, hat man dann mit der Maus gezählt. So, mal kurz abspeichen zwischendurch. Oh, jetzt ist schon irgendwas passiert. Oh, das ist Max, der vier, vierhändige Hund. Ja, ich glaube, zwei Beine und vier Hände. Ein Roboter, zusammengebaut von dem verrückten Wissenschaftler und mit, ähm, einer ziemlich krassen KI. Au, okay. Okay, scheiße. Ja, ja, ja. Wie kann ich denn, wie kann ich denn, hey, hey, Moment, ich will, ouch, Moment, Moment, Stopp. Moment. Äh, nächstes Objekt, voriges Objekt, aber die Objekte kann man ja auch durchschalten mit, oder nicht? Muss ich jetzt da Ü und Plus drücken, um den auszuschauen? Okay. Das werde ich jetzt ausprobieren, dann, wenn der mich jetzt hier erwischt, ist es halt so. Das war P. Ne, ne. Also kann ich den jetzt dann in Luft umgriff nicht. Der ist einfach weg. Moment. Moment. Seltsam. Oh, 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 ja. Ey. Kann ich nicht gleichzeitig? Oh, shit. Ich kann mit der Tastatur nicht gleichzeitig. Doch, hä? Doch, jetzt geht's. Oh, ich kann nicht, ich kann nach links, aber ich kann nicht nach rechts, während ich schiisse. Okay, das ist nicht gut. Hahaha. Das ist ouch, ja. Ah, 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 belastend. Cool. Jetzt hat er nochmal Energie. Oh. Okay, Moment, das ist ouch, ja. Moment. Das ist nicht gut. Da muss ich, ähm, wie machen wir denn das? So. Ja, Knarre ist weg, jetzt will der mich überrollen. Uh. Aber ich glaube, mit seinem Radius, äh, da hat er keine Chance. Ha. Seine Größe. Äh. Das sind logischerweise die, die den Panzer gesteuert haben. Ah. So lasse ich den ab. Okay, jetzt kann ich, jetzt kann ich wehren und kann ihm sagen, er soll da einen Luftangriff machen. Ja, dann mach mal. Hui. Hat jetzt rein gar nichts gebracht da. Ich dachte, das sei ein bisschen grösser. Naja. Ein bisschen mehr verteilt. Naja. Äh. Gut. Eigentlich wäre er strafen oder eigentlich alt, oder? Wenn man mit Tassatur spielt. So strafen und dann wäre shift vielleicht hüpfen. Warte, mach ich mal. Oh mein Gott, ich werde mein Hirn so verwirren, wenn ich jetzt das umstelle. Sprung auf shift und schritt zur Seite. Alt. Ja. 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 Okay, das passt. Ähm. Gut. Jetzt der hier oben, der hat da eine. Oh, 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 oh. Ja. Die haben mich gesehen. Der hat da eine Bombe. Bums. Autsch. Die schiessen mich runter, während ich den Zeugsruf sniper. Ja, sehr gut. Oh, la, la. Oh, la, la. Ja, aber jetzt, ja, ja. Oh, Selbstmörder! Wir sind da in den Bunkern. Geh da mal rein. Dann gehen sie raus. Sterb, sterb, sterb. Da kommt auch einer. Oh, 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 oh! Ist nicht gut. Irgendwie, ich muss da mal... Mach den mal kaputt hier. Da kommen immer weitere Gegner raus. Oh, 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 oh! Nicht gut. Schöner irgendwo! So, oh la la! Jetzt geht was ab. Oh oh, nein, 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 nein! So, oh la la. Ja, ich glaube, das ist Max, der Hund, der mir hier Dinge... Oh, shit! Ich habe noch 6% Energie. Das sind nachher UFOs. Ich glaube, ich schaue mal hier rein. Okay. Äpfel, Äpfel finde ich gut. Okay. Ja. Wir sind am Abkratzen, aber... Schauen wir mal. Jetzt geht es hier wohl runter. Okay. Jetzt habe ich da wieder so schnell Feuer. Oh, what the fuck? Geht es euch noch gut? Ihr könnt doch nicht mit euren Raumschiffen hier runterfliegen. Was seid ihr denn für welche? Okay. Okay. Sieht nach einem U-Bahn-Tunnel aus. Die Atmosphäre ändert wieder. Cool. Ja, da haben wir wieder selbstmörder. Noch mehr. Ich bin besorgt. Das finde ich gut. Ein paar Äpfel. Bitte noch ein paar mehr. Weil wenn jetzt wieder irgendein grösserer Raum kommt, dann bin ich schon mal am Arsch. Was ist denn das? Irgendeine Besprechung oder so? Schiess hier mal. Was habe ich da? Was Explosives? Ja, komm. Geht das? Äh, das war nichts. Nein. Dann nehme ich vielleicht die hier. Falsche Taste. Oh, 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 oh. Ausweichen. Oh, 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 oh. Auch. Oh, oh, oh. Da ist ein Roboter, der Alarm ruft. Der muss weg, so. Sonst kommen da, glaube ich, immer mehr. Oh, ja, da kommt nicht mehr mehr, weil da ist so ein Spawn-Dingans. Ich ignoriere jetzt einfach mal, was hinter mir ist. Das Ding muss weg. Oh, Scheisse. Ah, da oben wird auch so ein Spawn-Dingend sein. Deshalb kommen da immer mehr Feinde runter. Aber jetzt bin ich mal... Oh, Scheisse, 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 Scheisse. Ja, ja. Oha. Ja. Komm, mach die Putt. Ah! Okay. Ich bin ja so am Arsch. Ich ballere hier mal ein bisschen, weil es so dunkel ist hier, dass ich nichts sehe. Zielpeilkugeln. Okay, also ich jetzt nach hinten. Hier ist ein Zug. Auch eine Handgranate. Eis. Das war mal Laguna Beach. Bin ich auf einen Timer? Ah ja, kann sein, ne? Also, diese runde Stadt hat Laguna Beach inzwischen platt gemacht. Oh, hoppah. Das ist natürlich jetzt auch nicht so... Das seht ihr gar nicht. Ja, das ist ja... Wurscht. Das ist irgendwie... Äh... Eine Tastenkombination. Ah, Alt und Shift stellt man die Tastatursprache um. Ja, das ist natürlich nicht so gut. Hoppala. Okay. Ähm... Ja, ich weiß jetzt nicht. Ich speichere mal ab. Aber, ähm... Ich habe das Gefühl, ich bin so gut wie am Arsch. Oh, lala. Yup. 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 Nope. 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 Ich habe noch eine Handgranate. Nimm... Oh. Hoppala. Jetzt habe ich... Ha, 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 ha. Jetzt habe ich Alt und Ent gleichzeitig gedrückt. Fallbildmodus. Ach du Scheisse. Der hat mich gestreift. Zwei Prozent. Fickt euch. Wo kommt die jetzt wieder her von der Seite? Nein, 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 nein. Okay. Jetzt bin ich ein bisschen relaxter. Punkt. So. Öh, ja. Öh, ja. Ja. Fäts, ich weiß jetzt nichts mehr. Öh, ja. Da geht es weiter. Aber ich bin ja sowas von am Arsch. Komm nochmal. Tja, ich bin ja sowas von am Arsch, aber ich... Ja, und offensichtlich steht einer hinter der Tür und wartet auf... Nein! Oh! Oh! Wo kommen die denn jetzt wieder her? Die kommen aus dem Eisenbahntunnel? Tja, ich bin ja sowas von am Arsch, aber ich beiss mich da durch. Wenn ihr wissen wollt, wenn ihr wissen wollt, ob ich das schaffe oder nicht, dann schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es von hier weiter geht. Ich muss ins Menü, Moment. So. Sonst. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, kommentiert, abonniert und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bye, mdk. Tschüss! Sonst. 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 Untertitelung. BR 2018